Ich weiß nicht, was du gerade hattest. Salat, Lasagne, schöne Spaghetti. Wirst du wohl mir nicht verwarten, was ich hier hatte. Ab, aufs Dach, ab, aufs Dach, ganz hoch. Scheint so, ja, ganz hoch. Na, guckt euch mal das. Wie schön laut es ist, wollte ich sagen. Guckt euch an, wie schön laut es ist. Ich weiß nicht, warum. Muss ausgerechnet hier so laut sein muss. Das ist ein Ding. Wenn ich weiß, dass es jetzt mehrere sind, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Tschüss. 300 Meter gleich. Okay. Ja. Hab ich auch. Nee, ich muss leider da hinten hin. Ich hab da so ein Ziel zu verfolgen, ich bin leider leid. 240 Meter, das geht relativ. Wie gesagt, das ist am schnellsten. Was, wenn man kommt, keine Möglichkeiten mehr. Dann muss man sich was anderes überlegen. Ich glaub, hier wechseln wir eben die Seite. Schauen wir mal eben. Ah, leop. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Seite zu wechseln. Wir sind jetzt eigentlich im Ruhm. Ne, sind wir gar nicht mehr. Oh, da hinten ist die Windmühle. Und still kann man unten. So. Problem gleich gelöst. Wir sind gleich da. Na, 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 na. Erst hochgehen würde ich sagen, ne? Hier sind irgendwelche Fratzen. Da ist ein Einbringling in den Tunnel. Leon. Ah, ich will mal eben. Hoch. Oh, jetzt. Äh. Wie kommen wir denn hier hoch? Das ist die Frage. Na, komm, dann versuchen wir's mal hier. Ja. Das ist die Frage. Aufs Blatt oben drauf. Aber sicher. Gut, hab ich gesagt, ne. Warum, warum, warum? Warum? Ich habe die Knöpfe gedrückt. Aber nein, wir wollten ja nicht. Das ist die Knöpfe gedrückt. Ich habe die Knöpfe gedrückt. Du willst mich eigentlich verarschen. Geht einer von euch weg oder so? Oder auch nicht? Ah. Okay. Ist da einer? Nö. Dann... Amorten durch. Sollen ihn finden, auf jeden Fall. Okay. Cool. Jetzt ist sie mein. Hey! Dieser Kleinkram ist kein Blut wert! Wenn wir die Tür finden, schwimmen wir in Geld! An die Arbeit! Okay. Eine Krone, also Schätze gibt es hier. Anscheinend. Unterfachen. Hm. Plünderer. Die Plünderer sind die unterirdischen Anlage. Dann müssen wir noch... Okay. Da ist noch einer. Kapitän Rose hat ihn endlich geschnappt. Hehehe. Jetzt soll zwei von uns getötet haben. Cool. Oh blä. Komm. Komm. Das war natürlich jetzt blöd. So, warte. Wer kommt denn noch weiter höher? Ist die Frage. Na, er kommt auf jeden Fall weiter höher. Da. So, noch ein Stück. Ah. Nun bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Doch. Bin ich. Okay, den haben wir. Amba. Da ist noch ein einzelner. Aber da stehen mehrere. So, das heißt entweder... ... habe ich noch. Ich habe noch. Aber... Oh, das kriege ich sogar. Sogar wieder ein Astreiner Kopfschuss. Gefällt mir. Schauen wir uns das Spektakel an. Glitzert's und knistert's neben mir? Ja. So. Hm. Kann ich mich noch einmischen? Fröhliche Weihnachten. Ah, sind schon viele. Der ist auf jeden Fall... Uh. Die haben mir zufällig ausgewählt. Macht's aber ganz gut kalt. Na, nächster? Macht er den Rest auch noch platt? Hm. Schade. Auch noch kalt. Scheiße. Auf nicht im Kampf gehen. Ich will doch im Kampf. Ich muss jetzt nicht, dass ich in den Kampf gehen kann. Meine Güte ist auch nicht schlimm.